Meine Damen und Herren, das ist die Sensation von der Börse. Die Telefone laufen heiß. Verblüffung in Fernost. Der neue Ford Sierra LX ist da. In einer Ausstattung, die nicht nur hier für Aufregung sorgt. Höhenverstellbarer Fahrersitz. Drehzahlmesser. Fünfganggetriebe. Höhenverstellbare Gurteform. Zweiter Außenspiegel. Der neue Sierra LX. Mit Katalysator. 185er Breitreifen. Und getönten Scheiben. Alle serienmäßig. Gerade erfahre ich, in Deutschland steht der Sierra LX schon bei ihrem Ford-Händler. Als Fließheck, Stufenheck und Turnier. Putziek und Turnier. Die đâu ist genauso bei dem Siep helmet. Dann людям kann das zu fabrieren mit den Und dann die LX schon bei unserem fließend. com